Musik Auch dieses Jahr findet die Florian Fachmesse für Feuerwehr, Zivildienst und Katastrophenschutz in Dresden statt. Verbunden mit dem Rettungsdienstforum richtet sich die Messe an das Beschaffungswesen, die Entscheidungsträger aus Feuerwehr, Zivildienst und Katastrophenschutz, das Rettungswesen und deren Mitarbeiter und Einsatzkräfte. Das übergreifende Zusammenwirken aller Rettungskräfte bei Naturkatastrophen, Großveranstaltungen, Massenunfällen, Havarien und Epidemien wird damit vor Ort thematisiert. Auf der Florian 2017 werden die Technologien der Zukunft für die Angehörigen von Feuerwehr, Rettungsdienst und Bevölkerungsschutz vorgestellt und Entwicklungen im Bereich der Gefahrenabwehr, Katastrophenschutz sowie Kernpunkte der Zusammenarbeit zwischen den Organisationen diskutiert. Parallel bietet die Messe ein umfangreiches, kostenfreies Vortragsprogramm zur Fort- und Weiterbildung für alle Angehörigen von Feuerwehr, THW und Rettungsdiensten sowie für kommunale Entscheider. Amy Video war nun mal wieder mit seiner Kamera unterwegs und hat einige Eindrücke eingefangen in Bild und Ton für euch hier in diesem Video. Viel Spaß! Amy Video war nun mal wieder mit seiner Rettungskräfte bei Naturkatastrophen. Amy Video war nun mal wieder mit seiner drittungskräfte bei Naturkatastrophen. Amy Video war nun mal wieder mit seiner Rettungskräfte bei Naturkatastrophen in Bildungskenschaft und Radio auch mit seiner Rettungskräfte bei Naturkatastrophen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020